Bei der nächsten Übung tust du das Band und die Füsse. Bei der nächsten Übung tust du das Band. Bei der nächsten Übung tust du das Band und die Füsse und jetzt abwechselnd vorne kommen. Vöre und zurück. Du kannst das langsam machen oder schnell. Schau darauf, dass die Beine etwas breit sind, damit du immer genug Zug auf dem Band hast.